Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead by Daylight Video. Heute ist eigentlich Perk Roulette mit der Nurse, ich habe aber kaum Perks auf ihr, deswegen spielen wir sie so. Ich bin eh nicht gut mit ihr, das sollte jeder wissen, der meinen Stream guckt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hä, warum sehe ich den? Kein Plan, warum ich den sehe, aber wir haben ihn! Guter Start. Geht gut los. Chill, Opa, chill, chill, chill. Okay, wo höre ich noch einen Jen? Hier war wer dran. Hier war wer dran. Okay, vielleicht im Schrank? Nee. Die hockt da einfach und denkt mal, er kennst du nicht. Oh, sie geht in die Farm, Farm, komm, bam. Nein, ich wollte die Nancy treffen. Okay, schaffen wir das? Dead Hat. Nein. Nein. Also, sie ist erschöpft. Es wird leichter. Jetzt, komm. Zack. Nice. Immer noch ein guter Start. Oh, da hinten war wer dran. Ruin ist echt gut mit Andayin. Ich höre, ja, wollte doch gerade sagen, ich höre doch wehen, der sich heilt hier. Aber hier muss noch wer sein. Ja, da hinten fliegt eine Krähe. Komm. Oh, komm, nochmal. Yes. Ey, es gibt's nicht. Manchmal habe ich Runden, die laufen einfach. Geht wer befreien? Fuck off. Hm, schade. Also, könnte man echt meinen, ich könnte die Nurse. Was überhaupt nicht der Fall ist. Äh, ich habe Angst, dass ich in der Hecke hängen bleibe mit einem Port. Deswegen, machen wir es so. Machen wir es einfach so. Ah, Nancy wurde befreit. Wo ist Bill? Ich habe echt keinen Plan, wo der hingelaufen ist. Na, gehen wir hinten hin. Hm. Okay, da wieder dran. Oh, fällt Blink. Und sie läuft rein. Das kennen wir alle. Wir denken, die hier blinkt durch. Und dann bleibt sie hängen. Uh. Das war Glück. So. Ich würde sagen, Druck machen wir guten. Ich habe doch eben hier was gehört. Hier. Nancy, ich wusste es doch. Okay, die haben noch keinen Gen gemacht. Und wir gehen mega ab. Oh, das ist Jake. I'm fast as fuck, boy. Deswegen, du bist jetzt fällig. Komm, Blink. Oh. Wir haben noch einen zweiten. Ja. Haben wir. Man könnte echt meinen, ich bin eine gute Nurse. Ganz ehrlich. Nancy wurde befreit. Das heißt, für Jake ist ein Platz frei. Das sind jetzt Blutsbrüder. Oh, da sind Spuren. Gehen die ins Haus? Ich habe keinen Plan. Wo gehen die lang? Ich glaube, die Person ist bestimmt ins Haus gegangen. Ne, da ist er. Das ist der Beale. Ah, schade. Da bleibe ich auch noch in der Hecke hängen. Ey, Bill macht das super. Ich verliere den die ganze Zeit. Der muss sich doch hier irgendwo verstecken. Da, da, ne. Da auch nicht. Ich muss sagen, Bill macht das echt gut. Ich finde ihn nicht. Oh, hier haben wir wen. Ja, ich bin ein Baby. Du kannst mich töten. Wo geht sie lang? Komm, bitte rechts. Ja, da treffen wir. Durch. Ja, haben wir. Die kurzen Blinks klappen heute ziemlich gut. Ich meine, die meisten von euch wissen, ich bin... Oh, zwei Gents gemacht. Ich bin Nurse Noob. Ja, moin. Ich kann die echt nicht gut. Ich habe sie nie oft gespielt. Aber heute Abend sitze ich die ganze Zeit da und übe die. Und so langsam zahlt sie sich gut aus. Es klappt. Das wird wahrscheinlich das einzige Nurse-Video bleiben, was es erstmal auf dem Kanal gibt. Dafür wird es hoffentlich ein gutes. Ich try harder wirklich. Wow, die haben die Yui einfach sterben lassen. Die haben die einfach verrecken lassen. Okay, Jake wurde befreit und die heilen sich da. Gehen wir halt hin. Ähm, rennt ihr mal? Was macht ihr denn? Ne, nichts mit Farmen. Vergiss es, Nancy. Nein. Dann stirbt er halt. Ran mit dir. Das ist ein Dritter. Und bye-bye. Niemand. Niemand. Oh, da war wer dran. Da muss das Bild dran gewesen sein. Keine Spuren. Hockt er hier in der Ecke? Vielleicht da hinter der Kühltruhe? Da muss er an einem Schrank sein. Safe. Das macht er wahrscheinlich die ganze Zeit schon. Deswegen finde ich den nie. Der ist bestimmt immer in einem Schrank. Komm. Ah, Türchen 1 war nix. Was ist mit Türchen 2? Komm, ich setze auf die 3. Come on, komm, 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 komm. I'm a virgin. Ach, ich kenne doch die Pappenheimer hier. So. Dich lasse ich gehen, Kollege. Sofern du nicht wiggelst. Ey, hörst du auf. Danke. So, wo ist die Luke? Wo haben wir die Luke? Ah, hier. Dann be free. Ach, der war voll gewickelt. GG's. Ab in die nächste Runde. Schrottplatz. Okay, da hinten knallt's. Ich würde gerne eine Runde davor anknüpfen und wieder so gut spielen. Ach, ne, 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 ne Klickerin, ne Klickerin. Ich werde direkt schon nervös. Weil die mit ihrem Selbstbewusstsein da irgendwie direkt zu mir läuft. Mit ihr rumspielen will. Ich hoffe, das wird sich rächen für die. Dahinter ist sie. Komm, bam. Ah, ist schon weiter gelaufen. Ich hab die Steps gehört. Nein, nix mit Blenden. Du darfst mich anders verarschen. Komm. Ja. Ne Nurse kann auch normal laufen. Man muss nicht immer teleportieren. Hm, wo ist die jetzt hin? Hä? Wow, die ist da unten hin. Komm, 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 komm. Ja. Nein. Oh, ich bin in sie rein teleportiert. Oh. Oh, da ist wer am Totem. Komm. Das kriegen wir hin. Und los. Das habt ihr nicht gesehen. Vergiss das ganz schnell wieder. Okay. Totem ist kaputt. Bill, geh bitte durchs Fenster. Dankeschön. Komm. Zack. Bam. So, du gehst da lang bestimmt. Ne, aber das ist eine andere Mech. Haben wir auch. Okay. Selbstbewusstsein aufbauen. Wir können das. Ja. Oh, vor allem die Klickerin. Und das, Bill. Komm. Ja, Hammer. Sogar noch eine Drehung. Habt ihr gesehen? Die hat zwar ein bisschen gammelig ausgesehen, aber ich hab mich noch währenddessen gedreht. Dann ab in den Keller mit dir. So, Bill. Da ist er noch. Sehr schön. Ich seh schon die Mech anlaufen. Nein, ganz ehrlich. Und nachher heißt es im Chat, oh, Camper. Oh, Tunnler. Lass mich doch erstmal in Bill aufheben. Ihr seid manchmal echt blöd. Machen wir hier die Breakable Wall kaputt. Dass wir einen Bill runtertragen können. Ist die Mech weg? Ja, und da kommt der Steve. Weil wir haben ja nichts besseres zu tun. Anstatt 20 Sekunden zu warten. Also wieder die Big Brain Cells von Gegnern am Start hier. Ey, ich wette, die schleichen direkt wieder in den Keller rein. Ich geh jetzt raus. Geh direkt wieder rein. Pass auf, zurück. Und seht ihr. Äh, ich kenn doch die Leute hier. Au. Das war ein bisschen zu knapp. Die haben jeden im Keller da auf dem Gewissen, wenn die Personen sterben. Ganz ehrlich. Ja, seht ihr? Schema F. Die ganze Zeit das Gleiche. Oder rennt schon wieder wer zum Keller? Ne, ich schenke euch nichts. Spielt clever. Denkt nach. Das hat nichts mehr was mit clever zu tun. Das ist ganz normales Survivor ABC. Aber scheinbar kriegen die das nicht hin. Okay, Bill hat sich auch sterben lassen. Ah, was für eine Runde. Da bringen wir das schnell zu Ende. Ich will mit denen gar nicht da groß rummachen. Hier ist keiner. Da läuft wer rechts. Da läuft Steve. Ist mir viel zu blöd. Die denken nicht nach. Die wollen blöd spielen. Und da werden sie halt getötet. Ich bin eine Nurse. Die sind bekannt dafür, toxisch zu sein. Hm, wo ist der hin? Da nicht. Da auch nicht. Der muss hier sein. Vielleicht ist er wieder sneaky irgendwo reingewaltet. Dahinter vielleicht? Ne. Da. Seht ihr? Er ist wieder sneaky durchs Fenster. So, komm wir blinken. Oh, wir blinken nach vorne ein Stück. Ja, er läuft in uns rein. Das hätte ich nämlich auch gemacht. Ich wäre zurückgelaufen. Und hier sind Spuren. Hier muss die Meck irgendwo sein. Okay. Hier ins Jungle Gym rein. In die T-Wall. Ja, hallo. So, das müssen wir jetzt hinkriegen. Komm. Ein langer Blink. Oh, der ist zu kurz. Komm, nochmal. Nein. Oh Gott, ist die blöd. Ja, was heißt blöd? Die hat gedacht, die schaff's. GG's, hm, Meck? Misses, ich laufe immer in den Keller vorm Killer. Ja. Oh, die hat die 4%. Uff. Verlieren wir das noch? Naja, ich glaub nicht. Sie hat kein Dead Hard. Kein Sprint Boost. Was hat sie? Head on oder Flink? Das Flink. Nein, komm, 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 komm. Bam. Uff. Oh Gott, das wär fast schlecht ausgegangen. Ja, dann in die nächste Runde, Leute. Okay, Krotus. Oh, da haben wir einen ersten. Sehr gut. Einen Mr. King. Oh. Ja, komm. Ja. So viele Fail Blinks waren heute noch nicht dabei. Oh, da klatschen wir dich nicht. Denn da war Dead Hard. Okay. Ah, zu kurz. Zu kurz. Nicht nervös werden. Ich darf nicht nervös werden. Komm, hier schaffen wir's. Ja, komm. Nochmal. Ja. Haben wir. So. Barbecue. Bitte helf uns. Wo sind die Leute? Ha. Da hinten. Weg da. Wir. Wir. Ich hasse das. Oh. Da hilft ja auch dein Dead Hard nicht mehr. So, die Clodette geht retten. Das will ich verhindern. Ich bin jetzt ein Killer. Ich gebe keinen Hook mehr, wenn ich Nurse spiele, frei auf. Man muss für einen Hook kämpfen. Für einen Unhook. Ja, geschafft. Komm. Nein. Oh, feels bad. Okay, die laufen da lang. Ah, ich habe den zweiten Blink schon wieder nicht. Oh, und der nächste Gen wurde gemacht. Hui, die haben Angst vor Nurse. Die wollen da schnell raus. Gut, der sitzt perfekt. Ah, diese Clodette, ich sehe sie so schlecht. Dead Hard. Okay, Felix und Clodette Dead Hard und Mr. King. Aber wir haben dich. Ab mit dir an den Haken. Okay, da hinten. Zwei. Felix! Nein, warum schwinge ich dann auch noch? Man müsste doch sehen, dass das nicht geht. Warum läuft der zum Haken? Mein Name ist Jeff. Was willst du? Nee, nix mit Pointen. Zack. Oh Gott, ey, Kollege. Der hat einen Clown gefrühstückt. Dead Hard ist raus. Nein, Wand. Okay, ich farm dich. Habe ich kein Problem. Komm her. Zack. Und eine Default Mac ist gerade irgendwie ins Bild gelaufen. Zack. Natürlich Selfcare vor mir, logisch. Lass ich zu. Ey, die Leute hier, die Leute. Wo ist die Default Mac? Mal gucken, ob sie auch wie eine Default Mac spielt. Was machst du? Der sitzt schon mal. Woltet. Ah, schade. Unbeugsam. Hat sich gelohnt. Okay, Mac. Ich komme jetzt für dich. Dadurch. Nein, sie wolltet. Schaffen wir. Nice. Da hängen wir die Mac mal auf. Kommen sie mit. Felix wurde befreit. Clown Dead wurde aufgehoben. Feels Batman. Komm. Ah, nee. Schaffen wir nicht. Alter, was will der Typ von mir? Ich dachte, David geht vielleicht retten. Tut er aber nicht. Da holen wir halt einen Felix. Der spielt eh ziemlich Banane. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist komisch. Guckt euch das an. Was kommt da jetzt? Was machst du? Zack. Leg dich hin. Der hat Decisive Strike. Deswegen lasse ich ihn liegen. Wer so spielt, muss DS haben. Ah, wurde befreit. Hoffentlich laufen sie nicht rein. Und genau das tun sie. Oh, Mann. Na gut sein. DS sollte gleich nicht mehr ab sein. Also gehen wir mit Felix aufheben. Wir gehen das Risiko ein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das wird schon gehen. Ja, safe. Ging klar. Ran mit dir. Okay, da hinten ist wer. Wo ist die Person? Ach, die Claudia. Komm. Ach, nee. Fail. Komm. Fail. Wenigstens kein Metall, sondern Bücher getroffen. Aber das ist kein guter Loop für dich, glaube ich. Ich glaube, ich kann das besser spielen. Wartet. Zack. Ja. Das ist schon mal ein besserer Port gewesen. Sie hat Dead Hard noch. Komm. Ah. Gut, Dead Hard eingesetzt. Aber die bleibt einfach hier. Das bringt dir doch nichts. Boom. Da liegt sie. Wow. Das hat sich gelohnt. Okay, da heilen sie sich. Oh, oh, oh. Und am Killer-Check war wer. Ich will keinen Gen mehr verlieren. Ich nehme mal an, die hört mich jetzt. Die gehen mal links. Ähm. Wow. Die hat ihn einfach durchgezogen. Und wollte dann in meine Richtung. Läuft einfach zurück, dass er in Range ist. So, wir haben jetzt jeden Deathhawk außer David. Für das, was so schnell zwei Gents verloren haben, ist das gut. So. Waren ja alle drei hier. Oh, nee. Das ist der Spot, wo Clodette eben war. Rennt die schon wieder dahin? Ey, ganz ehrlich. Also, ich habe schon viele dumme Leute gesehen. Aber die, die wird im Nahen. Die, die wird einem Clodette-Spieler richtig gerecht. Das ist so ein Classic-Clodette-Spieler. Hey, what happened? Es gibt auch Ausnahmen. Ich kenne viele. Allein die Community hat viele. Ah, Felix. Aber das ist wirklich so, wie ich mir eine Clodette vorstelle. Bam. Und dafür stirbt die jetzt, das hier dritte Hook. Ja. Die wird jetzt sterben. Da kommt dann der Haken von eben. Mech wurde schon geheilt. Das heißt, David ist bei ihr. Bye, bye. David, kommen Sie her. Ah. Ich habe immer so die Hoffnung, dass die Nurse einfach eine hohe Range hat und ich dann irgendwie doof treffe. Okay. Ich will nicht solche Teleportationen machen. Ich will dann lieber klatschen. Dead Hard gegen Stein into my blade. Da ist Felix. Nice. Mr. Point da. Habe ich die zwei schlimmsten raus? Okay. Ah, die Mech ist hier. Nice. Okay. Aber ich muss sagen, die Nurse ist... Wenn ich da mal im Spiel drin bin und so für mich alleine spielen kann, finde ich es geil. Und nicht schwer. Äh. Äh. Okay. Ach, der hat sich schon wieder hochgeholt. Ich weiß nicht, wo der David ist. Ich finde immer nur die Mech. Und wen haben wir hier? Ja, da ist die Mech. Nee, die Nurse macht Spaß. Sie ist schon ziemlich brutal. Also, ich meine, da war jetzt auch eine Runde dabei. Da habe ich die Leute einfach weggemacht mit der Klicky-Klick-Mech. Äh. Ja. Okay. Was machst du? Komm, wir machen jetzt mal nicht viel. Wir gucken mal. Was macht sie? Wir bleiben stehen. Und da ist David. Äh. Wut? Hä? Normal bleibe ich doch oben bei so einem kurzen Klink. Schön angetäuscht, das Fenster. Okay, geht er... Ah, da holt er jetzt das Fenster. Und er hat mich schon wieder gebaitet. Jetzt spielt er auf einmal richtig stark. Ah, wir haben Zeit. Nur er bewegt sich. Die Mech liegt auf dem Boden. Okay. Rechts rüber laufen. Und dann rückwärts zurück. Haben wir Distanz verringert? Ja, haben wir. Komm, ein guter Blink gleich. Er soll vaulten. Dann traue ich mich. Ja, jetzt. Bam. Sehr schön. Ich muss nach meinen Fähigkeiten gehen. Und sonst hätte ich mich wieder verzottelt da und wäre daneben geflogen. Jetzt? Komm. Der hat es raus. Yes. Ey, Leute. Das erste Nurse Video. Und ich finde, es ist nicht mal ein schlechtes. Ich finde, es ist mir ziemlich gut gelungen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.